So Leute, ich bin immer noch in Düsseldorf und dann startet ja auch schon sehr bald die Fibo und da hat mein Partner ESN eine sehr, sehr geile Rabattaktion. Auf einige Sachen gibt es 50%, auf einige 40%, 30%, 20% und 10%. Ich könnte sehr gerne mal abchecken, hier einmal auf den Link klicken bei 40% Biotic Pro, Vitamin Stack und die Ready-to-Drinks, 20% IsoClear habe ich auch dabei, da gehe ich nicht ohne raus. Im nächsten Monat startet ja auch die Fitness-Transformations-Challenge, IsoClear, die kleine Portion habe ich sogar hier in Düsseldorf dabei. Genau, klickt drauf, checkt es gerne ab und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Moin Leute, Trimax hier, gerade eingeloggt in Brawl Stars, endgültiger Rang, Season ist durch, Master, absolut geil. Wir zocken heute mit Papa Platte, ultra nice. Kann ich heute ein paar Tipps geben, ich bin ja Master, es wird ja nicht so schwer sein, dass ich ihn da sehr schnell sehr viel besser mache. Ja, so ist richtig, schön mit der Flamme und dem ganzen Funkel-Stuff, super. Diese Kampfkarte wird nächste Saison gezeigt, ist das earned, ist das earned, fantastisch, neue Season. Ja, wenn euch Brawl Stars gefällt, also wenn ihr aktiv zockt, gebt ihr nicht zu viel Geld aus, ne, da ist man direkt 10.000 Euro los, ehe man, wenn man alle maxen möchte, sogar noch mehr. Aber den Season Pass kann man sich ziehen, wenn ihr viel zockt. Wo kann ich den denn kaufen? Da, links ist holen. Einen für 8 Euro, einen für 12, wir nehmen die für 12 Gold, brauche ich. Was ist das? Nerds, was ist, wer ist Nerds? Nerds, Endless Gift. Oh, da ist der Melody Skin, der erste Melody Skin kann ich einfordern. Manchmal pinke Haare, Ziff, Melody, was ist denn Ziff? Ist doch was Schlechtes oder nicht? Das 6 Euro Pack ist ziemlich gut, kaufe ich, brauche ich keine weiteren Argumente. Ein Zuschauer von 7.000 muss sagen, das, das, das eine Paket da ist, ganz in Ordnung, kaufe ich. So, das reicht schon. 600, so, ich kann jetzt jeden Tag 600 abholen. Das lohnt sich, das nehme ich. Also, wenn da steht, guck mal, hier steht auch vierfacher Wert. Das muss ja stimmen, das denkt sich Super Saiyan nicht aus, Rainer. Du bist jetzt startklar. Weiß ich doch. 3.300 Münzen, 1.500 Power. 43.000 Powerpunkte. Wie viel braucht man für einen, wenn ein neuer Brawler kommen würde, wie viel brauche ich, um den sofort nach oben zu bringen? Denk dran, Brawl Pass durchkaufen. Oh, den kann ich erst mal öffnen. Wie viel Blink kann man maximal haben? Oh, ich habe zu viel. Damit ist die Frage beantwortet. Oh, hier haben wir einen. Der ist es. Ah, der hat ne, 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 der hat ne Krokodil als Shotgun-Waffe. Nehmen wir. Guter Kor, wie war das? Zings, super. Nehmt euch alle mal bitte ein Beispiel an, Zings. Neue Season, das ist ja mein Rank. Man fängt in Brunze an? Die werde ich so zerstückeln. Oh, ich feed bestimmt wieder, ne? Papa Platter hat gesagt, Max will ihn carryen. Ja, ja, wir machen richtig schön Ranked. Hallo, Max. Hallo, Kevin. Was geht ab, Bro? Ich brauche direkt deine Hilfe. Ja, ich bin da. Ich habe meine Postfach aufgemacht, da waren 5000 Punkte drin. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe noch einen. Jetzt habe ich Karl, Daryl und Goose. Ja, das ist wieder Karl. Die wollen ja unbedingt Karl und Daryl reindrücken. Nämlich Gas oder Goose oder wie heißt. Ja, nehm Goose. Ich glaube, ich würde dann, von dem, wie du es gerade gesagt hast, würde ich Leon nehmen. Ja, nehm Leon. Hätte ich eben kurz sein. Wird auch oft gebannt im Ranked, ist echt stark. Okay. Ah, man kann bannt im Ranked? Ah ja, aber erst ab Diamond. Ja, da müssen wir hin, Bro. Diamant ist mein Ziel. Aber wir können entweder Duo Showdown spielen, dann pushen wir Trophäen. Oder wir pushen Ranked. Das ist immer 3 gegen 3, dann bräuchten wir noch einen Dritten. Ah, okay. Ja, dann lass uns einen Dritten noch holen. Wir könnten uns doch Hugo dazu holen. Ja, am Anfang sind wir ja eh Bronze. Dann entscheid du. Hugo wäre witzig. Ich glaube, ich würde für die erste Session erstmal für witzig gehen. Ja. Weil ich glaube, dann, weißt du, ich glaube Bronze kriegen wir auch hin. Das Problem ist, wenn wir jetzt so einen E-Sportler holen, Top 6 global, dann gewinnt er die Runden ganz alleine. Wir könnten uns auf Kastellen. Genau, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das ist es auch nicht. Ja, dann hol Hugo, dann kann er schön feeden. Trimix, bitte. Was denn? Darf ich es enden? Ja, klar. Ich spiele erst aktiv seit drei Wochen wieder. Du hast in drei Wochen... Nein, 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 nein. Ich spiele nicht Ass schon am Tag. Ich habe leider Business zu tun. Ich auch. Das ist meine erste Runde Rank jetzt direkt. Das ist geil. Ich finde Rank extrem geil, weil das die Abwechslung reinbringt. Okay, geil. Alter, okay. Es ist jetzt richtig eine Pickphase. Hier ist Melody halt die allerbeste. Ja, ich picker Piper. Digga, du hast so viele Brawler-Water. Ich habe zu viele. Nein, du trollst. Okay. Hab's handy, ich bin Midranger. Wir haben einen Nahkampf, einen Midranger und einen Fullrange. Ich mache hier Fett hin. Die Gegner sehen uns nicht. Tötet ihn nur, dann schießt. Tragt den Ball auch mal gerne ins Tor. Okay, das war jetzt ganz schlecht. Warum sehen die uns nicht? Oh, wie krass. Die haben uns nicht gesehen durch meinen Stuff. Crazy. Ich hole den Ball. Alter, Hugo. Ich bin fast down. Ich bin down. Oh, fuck. Ey, sorry. Ich bin mega useless gerade. Aber wir sind noch im Bronze-Chat. Hier ist noch alles verkraftbar. Hey, wir sind Brawl-TV. Alter, wir haben 100 Zuschauer im Game. Ach, Digga. Oh mein Gott, meine Schüsse sind ja mega Arsch. Ey, macht ihr auch manchmal so automatische Schüsse? Ja, wenn ihr in ihr drinne steht, musst du safe automatische Schüsse machen. Okay. Easy. Sie bekommen gegen Bots nichts auf die Reihe. Waren das Bots? Nein, das waren einfach 60 Spieler. Rein, 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 rein. Hugo, geh rein. Einer muss immer drinne stehen. Ja, ich brenne. Du musst dich reinstellen und dich nur aufs Ausweich konzentrieren. Wir holen das, wir holen das. Oh, das wird jetzt knapp. Jetzt müssen wir noch einmal töten und dann rein. Lass summen, lass summen, ja. Ich verschiebe mich. Ich bin fast down. Hab einen. Schön, Bro. Böse Ult noch ein Double-Kill. Hab den anderen nur einer lebt. Er hat gleich, er hat gleich. Nice. Nice, wir haben verloren. Ey, prima. Also, Hugo, du hast Melody verboten, ne? Was laberst du? 1,7, 15.000 Damage. Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Du bist ja so cool. Erinnerst du dich an den 6-Jährigen in der Bahn ohne Internet? Der wäre besser als du gewesen. Oh, real talk, real talk. Das 1,7 ist mir egal, aber 15.000 Damage. Also, wärst du AFK gegangen und dein Bot hätte gespielt, hätten wir gewonnen. Das ist Kopfgeldjagd mit Detonation. Da geht am Ende die ganze Map kaputt. Spielt Sniper, 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 Sniper only. Auf gar keinen Fall Melody. Wieso Insta-Pickst du, Hugo? Hier geht die ganze Map auf. Wir müssen ruhig spielen. Je länger das Match geht, desto 100%iger gewinnen wir. Hugo hat aber ein bisschen getreut mit seinem Pick. Ruhig spielen. Lass die Gegner nur auf Abstand. Je mehr Kills man hat, desto mehr ist man wertvoll einfach, ne? Okay, ja, ja, genau. Nice, extra Frack, schön. Hab einen Frack geholt. Super. Noch einen. Das sind doch Spots? Nee. Ich weiß nicht, die sind auf jeden Fall easy. Die sind nicht so gut. Guck mal, seht ihr, die Map geht immer weiter auf. Oh, Leute, drückt sie mal weg hier. Ja. Nice. Guter Damage. Ich fasse die Modifikation hier, dass das so... Ja, dass alles so alles nach und nach weg geht. Ihr dürft nicht sterben, nicht sterben. Oh mein Gott. Der hat geschallert. Guck mal, jetzt ist die Map schön offen. Jetzt ist die Map schön offen. Hier ist doch mal dieser Earthquake-Mann, dieser Stamper da. Jacky. Jacky, okay. Oh, wenn wir jetzt kriegt die Mitglieder. Oh, ich liebe. Nice, schön, schön, schön. Das ist Damage. Travex, wie heißt der, den du spielst? Na, nee, ist mein Lieblings. Mein Main, mein bester. Habt ihr Ente? Nice. Easy. Let's go. Easy. Hugo, sauber. 13.000 Damage. Hä, warum hab ich so wenig Damage? Warum hab ich mehr? Hugo, du bist insane. Alter, 13.000 Damage. Da kannst du direkt ins Gegnerteam reingehen. Hugo, du bist ja so trash, Alter. Bro, selbst Silvie Duck im Enemy-Team hatte mehr. Oh, man. Oh, schon Bronze 2. Nice. Oh ja, sind wir alle gut mal? Aber Platte ist extrem stark fürs erste Mal. Ja, der hat schon mal gespielt. Der hat durchgegelt gespielt. Ja, er hat, glaube ich, 7.000 Trophys. Das ist schon, das ist schon, das ist schon gedaddelt. Nochmal Kopfgeld. Oh, das mit Detonation wieder. Okay, da machen wir wieder unsere, das kennen wir schon. Genau den Modus, genau mit dem Modifier kennen wir schon. Der Modifier ist, dass alles aufgeht. Irgendwann ist da nichts mehr. Wir spielen einfach alle Sniper. Okay, okay, okay. Den Modus haben wir schon gelernt. Da haben wir schon eine Team-Comp. Oh, da haben wir einen. Ich muss kurz heilen. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Den holen wir, den holen wir, den holen wir links. Den links holen. Ich spüre den Brock mal genauer an. Ja, der ist tot. Super. Macht ruhig, die Map geht auf. Auf keinen Fall sterben. Oh, ich bin auch das was. Ah, shit. Das Problem ist, wenn du tot bist, dann könnt ihr uns jetzt irgendwie pushen. Das können hässlich werden. Oh, easy ist dein Ult gedotcht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, so easy. What the fuck. Pass auf, dein Ult. Alter, der Griff. What the fuck. Schön. Wir liegen krass hinten. Wir liegen krass hinten. Oh, ja, ja, ja. Ja. Der Griff zerflüttet. Nice, richtig. Ganz wichtiger Kill. Ganz wichtiger Kill. Lass mal auf links gehen. Ja, ich lass auf links gehen. Links, links. Hey, wer jetzt stirbt, da haben wir verloren, ne? Ja, keine Dach mehr sterben. Nice, sind wir beide getroffen. Alle werden einfach gleichzeitig getroffen. Ich hab dem, äh, dem Münzautomator, hab ich einen abgeschossen. Hab ihn. Schön. Nächster Kill, zähl. Nächster Kill, zähl. Ein Kill. Letzter, keiner darf sterben. Lass links auf. Ich hab rechts getroffen. Rechts ist low, rechts ist low. Rechts, rechts, rechts. Let's fucking go. Alter. Wie knopf war das denn? 20 zu 19. Du kleiner Schwanz. Ja? Okay. Okay, jetzt Hugo. Schön, 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 schön. Hast du, hast du. Nein. Du hattest doch deine Ult. Ich mach, ich mach, ich mach. Das war das Schlechteste des Tages heute von uns allen drei mit Abstand. Also im Team. Was? Ja. Du hattest Ult. Du hattest Ult. Du hattest Ult. Du hattest Ult. Schöner Frack, schöner Frack, schöner Frack, schöner Frack. Schöner Frack, schöner Frack, schöner Frack. Nein, Bro, da war der ja davor, der hätte das dann abgeblockt. Also retog jetzt. Ja, und ich leck die Arsch. What the fuck, man. Achtung. Macht er gut, macht er gut. Oh, 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 oh. Ja, jetzt ist die Scheiße am Dampfen. Den müsst ihr härter töten eigentlich. Ja. Und keiner töten! Das ist so Arsch, Hu, das ist krass. Das ist crazy. Du konterst, du konterst, mordest. Alter, mord, bin ich nicht. Du musst ihn eigentlich auseinandernehmen eigentlich. Hallo, hallo. Riga, ist das krass. Ja, Hugo, wo warst du? Du hast ganz, ganz entspannt einfach Melodie verboten. Wir sind stuck in Bronx wegen Hugo, Digga. Hab ihn, hab ihn. Hey, wir gucken jetzt auf die Stats. Oh mein Gott. Scheiß auf die Stats, du bist ein Wind Trader. Du bist ein Wind Trader. Und auch am wenigsten Damage. Du kannst dafür gebannt werden, ne? Am wenigsten Stats. Am wenigsten Kiss. Der Mortis bezahlt dich, dass er jetzt da gewinnt. Das leckt aber auch die ganze Zeit bei mir. Ich schwöre, ich kann nicht mehr weiterspielen. Ich geb's zu, ich bin einfach scheiße. Wie kann es denn so wenig Damage machen? Okay, wir fahren hier aber nicht so gepunkt haben. Du musst halt wissen, die geht einfach ein Acht, ne? Die können, also, die halten das iPad und die sind zu schwach, um ein iPad zu halten und müssen das dann irgendwie auf den Stuhl legen. In der Küche. Der ist mit den Knien auf den Küchenfliesen und das iPad liegt auf dem Küchenstuhl und er ist gerade abgezogen. Verstehst du das? Der spielt so mit einer Hand und wenn der anderen Stützer sich so den Ellbogen ab und sabbert einfach und ist Joghurt nebenbei. Das heißt halt nicht untrue, ja. Stopp! Stopp! Digga, so crazy wie Mobile Games inzwischen aussehen, Junge. Im Vergleiche das mit den Early Days von so iPhone 1 oder so. Also nicht 1, aber so 3G oder was das war. Warte, gab es ein iPhone 1? Ne, das hieß da nicht so, oder? Wie hieß das? Nice, guter Hit. Schön, bro. Nice. Ah, misstlick, misstlick, misstlick. Brauch hilfeschnell. Oh mein Gott, ich hab ihn so viel gefressen. Es ist ein Perk, aber ich weiß nicht, ob das das automatisch ist. Oh, 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 Jungs, 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 add me on me. Die müssen ja verfrügel, die müssen ja fokussieren, nice. Ah, schön, 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 aber ist okay, nehmen wir. Nehmen wir, wir haben ja auch alle Gems. Boah ey, bei Mobile Gaming ist echt nicht so geil nebenbei zu essen. Ich hab die ganze Zeit so Fettschlieren. Oh nein, so Fettschlieren. Ich hab Fettschlieren auf dem iPad, Leute. Wir werfen das jetzt gerade. Achtung, der hat an. Edgar, Edgar, Edgar. Das tut uns alle. Alter, Mann. Hier müssen wir zusammen fokussen, wenn der kommt. Ja, ja, das ist die Scheiße. Bro, der ist ja ultra-ob. Haben wir verkackt. Haben wir verkackt, hätten wir alles dann. Wir können es doch schaffen, wenn jetzt keiner stirbt. Ja, Ams ist aber auch krass im Kiten. Aber wo ist Edgar halt? Oh ja, es gibt eine Verlängerung. Schön. Rückzug, 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 Rückzug. Schön, Junge. Was ein Comeback. Ja, ja, das war... Hypercharge und Ult. Keiner darf sterben, keiner darf sterben. Zehn Sekunden halten. Alle zusammen, alle zusammen. Der Edgar kommt gleich wieder. Ich muss hier nochmal einen Busch. Holt ihr den vorne? Ah, nein. Aber ihr habt nur noch zehn, ihr habt nur noch zehn. Alles gut. Nein. Alter. Let's go, Alter. Was ein Burn. Das war geil, Digga. Und du wieder mixed damage. Let's go, wie immer. Ey, Hugo, bist du eigentlich noch da? Das war ein Comeback, Alter. Und zwar ein richtiges. Hugo, wie läuft's? Ich muss aufschneiden gehen. Was denn? Mein Spiel leckt zu viel. Dein Spiel oder eine Aufnahme? Meine Aufnahme. Aha. Keine Ahnung, dein Stream schaut sich auch so keine Ahnung. Ich check ab. Ich sag ehrlich, ich glaub, ich zock wirklich nochmal Piper. Piper ist ja wirklich übergeil. Piper macht richtig Spaß. Brauch hier Hilfe links. Sau, gut alles gefressen. Tot. Nice down. Was spielen wir denn gerade? Tresor? Ah, ja. Ja, ja, wir müssen langsam was zum Fucken. Oh, wir machen gar keinen Damage gerade am Tresor. Würde ich die mal. Oh, nein, nein, bitte nicht sterben, bitte nicht. Schönen, schönen, heiße Stadthuber. Oh, ich bin down, oder? Nee, komm. Nice. Jetzt können wir drauf. Wir können draufsnipe. Wir haben es dir in die Rage. Die Rage war ein bisschen... Wie, was heißt das auch? Ich treffe auch schon. Ich hab einen richtig schönen Kill gemacht. Oh, noch was Schönes. Ich komm gerade ein bisschen. Ich fang gerade ein bisschen an zu zaubern. Holt mal die Biene, holt mal die... Schön. Oh, schön. Das ist aufs Tresor getroffen, richtig. Jetzt Damage, jetzt Damage. Damage aufs Tresor, jetzt. Schöne Damage, schöne Damage. Fuck, zwei Dinger kassiert. Das ist wichtig. Holt die Biene. Links, 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 links. Links. Ja, ist down. Ist down, hab ich. Ist da drin? Tot, Jungs. Nein, 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 nein. Nichts in Fett beschlossen. Jetzt Puschen, jetzt Puschen. Nice. Mach Ulti. Tot. Wir liegen vor. Mach Ulti, oh mein Gott. Wir liegen vor, wir liegen vor. Okay, okay. Wir sollten es haben. Wir sollten es haben. 12 Sekunden, come on. Wir haben es, wir haben es. Haben wir, haben wir, haben wir. Auf Last Minute nochmal geklatscht. Nice. Boah. Oh, Hure wieder mit Abstand wenigstens Damage. Wie kannst du 25.000 Schaden haben? Das stimmt irgendwas nicht. Ich guck mir dein VOD-Shirt nochmal an. Alright, geil. Es hat ziemlich Spaß gemacht, Mann. Oh, ich hab das Kino bekommen. Dinas T-Mic hab ich bekommen. Geil, den zock ich auch manchmal. Deine Mike. Geil. Der ist voll, der ist selten. Den kann man gar nicht kaufen. Easy, I guess. Das ist der Season Skin. Wann zocken wir das nächste Mal? Du willst auch Diamond kommen, sagst du? Ich glaube, ich zock nächste Woche das nächste Mal. Ich muss Diamond kommen. 100%ig. Ja, ja, safe. Wie? Also jetzt mal wirklich Gags inside. Ist es possible? Ja. Wir können auch noch als Letzten noch einen Brawl Stars Creator mitnehmen. Oder jemand krasses aus der Community oder so. Ich hätte easy Bock, noch eine Stunde weiter zu zocken. Ja, fuck, scheiß Wieland. Egal, das war nice. Nächstes Mal weiter. Digger.